Der Templerorden war ein geistlicher Ritterorden, der von 1118 bis 1312 bestand. Der Ritterorden wurde 1118 in Folge des ersten Kreuzzugs gegründet. Sein voller Name lautete Arme Ritterschaft Christi und des Salomonischen Tempels zu Jerusalem. Er war der erste Orden, der die Ideale des Adligen Rittertums mit denen der Mönche vereinte, zweier Stände, die bis dahin streng getrennt waren. In diesem Sinne war er der erste Ritterorden und während der Kreuzzüge eine militärische Eliteeinheit. Er unterstand direkt dem Papst und wurde nach einem großes Aufsehen erregenden Prozess 1312 auf Druck des französischen Königs Philipp IV, von Papst Clemens V. Am 22. März 1312 auf dem Konzil von Vienne aufgelöst. Der Heilige Stuhl stellte in einer Nachricht des Los Ervatore Romano vom 21. Mai 2006 wie folgt klar. Wie bekannt ist, wurde der alte Orden der Templer von Papst Clemens V. unterdrückt und von keinem anderen Nachfolgestaat wiederhergestellt. Am 16. Oktober 2012 stellte das Staatssekretariat des Vatikans nochmals fest, dass eine kirchliche Anerkennung des Templerordens seitens der katholischen Kirche nicht gegeben ist. Der Name Arme Ritterschaft Christi und des Salomonischen Tempels rührt von dem Umstand her, dass König Balduin dem Orden einen Flügel seines Palastes der heutigen Alaku Esa Moschee auf dem Tempelberg in Jerusalem, wo bis zur Zerstörung durch den persischen Sassanidenherrscher Chosrau II. im Jahre 614 eine Basilika Sankt Maria gestanden hatte, als Quartier angeboten hatte, welcher auf den Grundmauern des Salomonischen Tempels gebaut worden war. Der Name Arme Ritterschaft Christi und des Salomonen